Wissen Sie, was ich in dieser Welt nicht zu verstehen versuche? Warum immer gleich die Anführer eines Landes oder eines Volkes eine ganze Bevölkerung mit reinziehen, wenn sie mit sich selbst unzufrieden sind, mit dem, was sie im Leben besitzen, und dabei immer ihre Kriege gleich ausführen wollen? Es ist ja schließlich kein Krieg in der Bevölkerung, die sie in einen Lande geführt wird, denn man versucht als Bürger ein normales Leben zu führen und nicht die Bevölkerung haben ein Problem, sondern es sind immer die Mächtigen. Menschen in der Bevölkerung wollen keinen Krieg. Es sind immer die Mächtigen in einem Lande, die immer meinen, sie müssten mehr Macht besitzen. Unsere Gesellschaft wird vom Verrückten geführt für verrückte Ziele. Und ich glaube, wir werden vom Wahnsinnigen gelenkt zu einem wahnsinnigen Ende. Und ich glaube, ich werde als Wahnsinniger weggesperrt, weil ich das sage. Und das ist das Wahnsinnige daran. Und das auch von ihm getrennt. Und das ist das Gefühl.